Hallo, herzlich willkommen zu The Nosey Rosie am Dienstag. Ja, aber Dienstag haben wir heute. Und heute ist zusätzlich noch Themen frei. Also habe ich mir ein Thema frei gewählt. Jaja. Ich spreche jetzt gerade mal die heterosexuellen Zuschauer an. Und zwar, da kann man sich manchmal doch fragen, ja mein Gott, wie machen die denn da so ein großes Drahtrad rum und so. Die sollen sich doch outen, das ist mir doch egal. Und ja, heute sind wir doch alle so modern und offen. Wieso wird daraus denn so ein Problem gemacht? Sollen sie es doch machen? Mich interessiert es nicht. Ich denke mal, die haben sich noch nie wirklich auch mit dem Thema beschäftigt. Was ja auch verständlich ist, weil viele mit diesem Thema einfach auch gar nicht in Berührung groß kommen. Oder zumindest nicht. Sie müssen sich keine Gedanken darüber machen. Und wieso sollte man sich Gedanken über etwas machen, was einen selber nicht trifft. Ja, wie bin ich eigentlich auf das Thema gekommen? Das ist so gewesen. Ich habe ungefähr vorletzte Woche ein E-Mail von meinem besten Freund gekriegt, der sich als schwul geoutet hat. Und ich hatte die Vermutung schon immer und ich war mir eigentlich auch fast sicher, dass er schwul ist. Aber also erstens mal haben wir ihn schon gekannt in der Zeit, wo ich selber noch nicht geoutet war. Und wo ich dann geoutet war, da wollte ich ihn auf jeden Fall nicht dazu drängen oder sagen, ja mein Gott, es ist doch so klar, dass du schwul bist. Das wollte ich nicht machen, weil also jedem soll das doch selber überlassen sein, wann er sich outen will. Weil das ist dann immer der richtige Zeitpunkt, wenn man meint, ja, jetzt ist der Zeitpunkt. Also er hat es mir auch nie erzählt gehabt, dass er schwul ist. Aber auf jeden Fall habe ich das gemerkt. Er hat sich oft in Männer verguckt und hat mir das auch erzählt. Also nicht, dass er sich in die verguckt hat, aber er hat oft über diese Männer erzählt. Also richtig ins Schwärmen geraten, bis ich ihn dann auch immer mal gestoppt habe und auch direkt darauf angesprochen habe, so, ja sag mal, also du schwärmst ja die ganze Zeit da von dem, weiß auch nicht, von dem Antonio, das hört sich ja schon fast nach Liebe an. Und dann, wenn ich sowas gesagt habe, ist er aber sofort wieder auf Abstand gegangen. Also dann hat er sich davon leicht distanziert und hat gesagt, ach was und so, nein, wir verstehen uns einfach gut und bla bla bla. Ja, und jetzt, nachdem ich mich geoutet hatte, hat er auch noch ganz lange darüber geschwiegen, was mich verwundert hat und auch ein bisschen stutzig gemacht hat, weil ich gedacht habe, na, das wäre doch jetzt für ihn mal die Möglichkeit, zumindest mit mir darüber zu reden. Aber das hat er nicht gemacht und da bin ich schon fast ins Zweifel gekommen, na, sag mal, was ist denn los mit dem Max? Ähm, oh, ja, jetzt ist es draußen. Was ist denn los mit ihm? Ja, und ich bin schon wirklich fast der Meinung gewesen, ja, vielleicht ist er es ja doch nicht, aber er hat einfach so viele Sachen, die darauf schließen lassen, dass er eben schwul ist. Da ist jetzt, er ist sehr modeinteressiert, experimentierfreudig mit Mode, er interessiert sich für Klatsch und Tratsch, er kann sich sehr für Details begeistern, er sieht sofort, wenn man einen Fussel irgendwo hat oder wenn irgendwas nicht ganz korrekt ist, er hat eine sehr ästhetische Wahrnehmung und er lädt lieber zum Kaffee und Kuchen ein als zum Bierabend. Ja, einfach, das sind alles so Kleinigkeiten und das muss auch nicht unbedingt darauf schließen, dass jemand schwul ist, aber es war einfach sehr, dass einem das aufgefallen ist und auch andere Freunde von mir, die ihn jetzt gesehen haben, haben mich nach fünf Minuten gefragt oder haben mich halt immer danach gefragt, sag mal, der Max ist schwul, ne? Und ja, also das war irgendwie so ersichtlich gewesen für alle. Ja, auf jeden Fall hat er mir in seiner E-Mail geschrieben, dass es ihm sehr schwerfällt, das zu schreiben und er hätte immer gehofft, die letzten paar Jahre, dass dann doch noch was Vernünftiges vorbeikommt und bei Vernünftig hat er dann in Klammern geschrieben, eine Frau. Also eine Freundin und ja, die kam aber einfach nicht. Jetzt wäre er einfach so weit, dass er gesagt hat, ich gebe auf und ich kann nicht mehr und ich oute mich jetzt. Er hat mir geschrieben, dass er so gerne einfach so ein 0815-Mann wäre, der eine Freundin an seiner Hand hat und mit der er ein ganz normales Leben führt und nicht diese ganzen Probleme hat, dass er blöd angemacht wird, dass er seinen Eltern erklären muss, pass mal auf, ich bin vielleicht doch nicht so der Sohn, den ihr euch immer so gewünscht habt und ja, und dann seine Freunde, da hat er Angst, nicht mehr akzeptiert zu werden, weil die machen ja auch oft einfach so Witze, ja, Gott, guck dir mal die Schwuchtel da an und üh, du bist schwul, ist ja biederlich oder so. Also einfach, dass manchmal so Sprüche fallen, die vielleicht gar nicht so gemeint sind, aber ja, das ist eben so, dass Schwulsein auf jeden Fall bei vielen Leuten immer noch als sehr negativ dargestellt wird, also genauso wie das Lesbischsein. Ja, auf jeden Fall war er der Meinung, wenn man schwul ist, dann muss man doppelt so hart wie andere Männer sein, also man muss doppelt so stark sein, man muss doppelt so kompetent sein, man muss doppelt so erfolgreich sein und nur so könnte man dann die Homosexualität vielleicht kompensieren, so dass man nicht einfach nur als Schwuchtel angesehen wird. Das ist ein großes Dilemma, das man mit sich hat in der Zeit. Ich habe letztens einen Kommentar von euch gelesen, und zwar war das bei dem Thema, wie man sich so in der Öffentlichkeit verhält, wenn man lesbisch oder schwul ist oder bisexuell. Da hat einer geschrieben, ja, es wäre mal, sie und ihre Freundin hätten sich geküsst in der Öffentlichkeit, und da war dann ein kleiner Junge oder ein kleines Mädchen, ich weiß nicht mehr, und die hat dann gesagt, guck mal Mama, da küssen sich zwei Frauen. Und dann hat die Mutter dann zu dem Kleinen gesagt, ja und, die lieben sich. Und genau diese Antwort, die ist so toll, weil genau das ist es. Wir wollen weder anecken noch anstoßen, wir wollen keine Aufmerksamkeit erregen, wir wollen nicht provozieren, und wir wollen uns auch nicht interessant machen. Wir lieben uns nun einfach, und das muss doch einfach akzeptiert werden, weil Liebe ist etwas Schönes, und jese sollte man das nicht haben können. Und ich würde mal gerne von euch wissen, woran liegt es, dass so viele Jugendliche sagen, dass sie Homosexuelle eklig finden und abstoßend finden. Und woran liegt es, dass sich manche Leute das Recht herausnehmen, Gewalt oder Sprüche Gewalt anzuwenden gegenüber Homosexuellen. Und warum, warum schämen sich immer noch so viele Homosexuelle, sich zu outen? Und was, das ist mal das Wichtigste, was können wir tun, um das zu verändern? Also, ich wünsche euch einen schönen Dienstagabend, und nächste Woche wieder etwas fröhlicher. Bis dann, tschüss! Ich würde niemals ifFe, wenn ich will. Tschüss! Tschüss! Untertitelung des ZDF für funk, 2017